weiter geht's mit titan quest wir sind jetzt bei der großen grössenspinne die unerwäsche ich krieg es gott denn da sind die unerwäsche ich dachte sie wären schon da die Er hat gerne nichts durchdraunen, ist das nicht so schön. Auch da oben ist er, was haben wir jetzt für Schriftrollen, äh, Elementschild, äh, mystische Schild, der Schaden von allen Elementarangriffen absorbiert, ist das ein Elementarangriff, ich glaube eigentlich nicht. 7, 8 und die 4. Verriss, du bist Vieh. Ja, das gibt's doch gar nicht. Mit dieser Combo haben wir die Platte gemacht, Alter, yes. Sehr neuer, und da haben wir den Spiegel. Yeah. Wer hat's drauf, wer hat's drauf, Alter. Ich glaube, da haben wir drei oder vier Folgen letztes Mal verbracht und jetzt, zack. Ein paar Freunde haben wir drausgeholt und schon geht das los hier. Ich glaube, sonst wär's auch nicht so einfach gewesen, wir konnten uns gut aus dem Kampf raushalten. War zwar ein bisschen feige, aber scheiß drauf, scheiß drauf. Theoretisch müsste ich jetzt das noch nutzen, solange die Harpien da sind, aber ich weiß nicht, ob das, ach, scheiß drauf, scheiß drauf, können wir uns neu kaufen. Sollten wir vielleicht so, wie sie tun. Die Harpien sind eigentlich ganz gut. Besonders, weil's immer zwei Gegner auf einmal sind. Für die anderen. So, und dann gehen wir noch zu dem Boden. Ich hoffe mal, da können wir die Quest jetzt beenden und dann müssten wir theoretisch, vielleicht dürfte es schon reichen für den Levelaufstieg. Der lange Weg ist bloß ein bisschen doof. Hey, wo war denn das? Ach, ich muss hier unten lang. Ich habe einen meiner stärksten... Sehr nice. Mal gucken, wie lange die Harpien noch durchhalten. Ich werde jetzt noch schnell versuchen, Gegner zu erreichen, bevor wir die Punkte verteilen. Okay. So, wie hatten wir das denn gemacht? Ich glaube, da sollten wir vielleicht noch mal investieren. 16 von 12. Gehen wir allen ein. Öl von... Ich glaube, ich bin resistenter, weil es ein bisschen besser... Ach, kann ich gar nichts mehr machen. Okay. Dann dauert es, glaube ich, echt nicht mehr lange, bis wir beim Turm angekommen sind. Hallo. Da oben ist der nächste Brunnen, da will ich erstmal hin. Da ist eine Höhle, bis wir durch die Höhle, hey, ist da noch ein Brunnen, ich bin verwirrt. Okay, ich glaube ich weiß, was das ist. Okay, ich glaube ich weiß, was das ist. Okay, ich glaube ich weiß, was das ist. Okay. War hier nicht noch einer? Ich glaube nicht. So, jetzt können wir nochmal schnell gucken, was wir hier alles haben. Ach du jetzt. Äh, puh. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Ring und Amulett, äh, toll, hilft uns momentan nicht. Äh, schön. So, komplett. Passt perfekt. Sehr schön. Wir werden zwar hier nicht mehr weit kommen, aber es gibt da wieder ein paar. Bonuspunkt an Erfahrung und das ist ja auch nicht schlimm. Zack. Okay. Ach Gott, die blauen Scheiße. Ach Gott, die blauen Scheiße. Hä? Ach so, ich wollte schon sagen, da unten haben wir was nebenlassen, aber das ist ja... ...und dann kann ich halt sehen. ...und dann kann ich mal ein paar Zeilen. ...und dann kann ich mal ein paar Zeilen. willkommen wir gar nicht rein nur von der anderen seite ist der blaue da muss erst zwei blauen acht wird ach du jett m 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 zum folgenden abschluss ist ja egal ja nochmal ein bisschen halt da wir kriegen ja so viel stuff momentan komm komm noch hin hier scheiße du spielst du dich bist du nehm ja ja ja